Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing Video. Diesmal habe ich etwas für Haustiere beziehungsweise für den Hund in der warmen Jahreszeit und das ist so eine Kühlmatte von AnyOne. AnyOne ist eigentlich eine bekannte Marke, die für Hunde verschiedene Sachen herstellt, also überhaupt für Haustiere verschiedene Sachen herstellt. Und dadurch, dass es jetzt so derart heiß ist, wollen wir natürlich unserem Hund, es ist ein Kurzhaar, wollen wir trotzdem versuchen, alles zu machen, damit ihm nicht so heiß ist. Auch wenn er Kurzhaar ist, ist die aktuelle Hitze der Wahnsinn. Also das ist einfach nicht normal, wie heiß es bei uns zu dieser Jahreszeit ist. Hier bei uns wurde neuer Rekord aufgestellt mit knapp über 40 Grad, 40, irgendwas Grad. Das war am 24. Und ja, so heiß war es an diesem Tag noch nie. Also das ist absolut der Wahnsinn. Und natürlich ein Hund mit Fell, dem muss das ja noch ärger sein. Wir können uns ja der Kleidung entledigen. Aber Hund, egal, auch wenn Klima läuft, dem ist einfach heiß. Und so viel klimatisieren kann man gar nicht. Und das Ganze ist 60 x 40 cm. Das werden wir ihm auf sein Bettchen legen. Und ja, es ist kühlend, es ist wasserabweisend und man kann es feucht reinigen. Gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben die Größe S gekauft, weil wir halt einen kleinen Hund haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. Also hier ist so eine Bedienungsanleitung. Eigentlich braucht man ja da nicht wirklich viel. Und ja, da ist eigentlich so ein Gel drin. Und das ist wirklich richtig angenehm kühl. Und ja, das ist nur so groß. Es passt für den Hund ganz genau. Und das ist die Oberseite eben mit dem Logo Anyone. Und ja, das werden wir so in sein Bett reinlegen. Und wenn er da drauf schläft bzw. liegt, das ist dann schön angenehm kühl für den Hund. Und ja, ich hoffe mal, dass ihm dadurch die Hitze etwas angenehmer ist oder halt nicht ganz so schlimm ist. Ja, sonst gibt es da eigentlich auch nicht wirklich viel zu sagen über dieses Teil. Da ist nur das drin, aber es ist richtig schwer. Also da ist richtig viel Gel. Ja, das spürt man, dass da so ein Gel drin ist. Also nicht Flüssigkeit, sondern Gel. Und ich denke mal, das ist genau so ein Gel, was man auch in diesen Plastikdingern hat, was man zum Beispiel reinlegen kann in die Gefriertruhe oder ins Gefrierfach. Und ja, denke mal, das kann man damit auch tun. Kurz in die Gefriertruhe legen und dann kann man das dem Hund runterlegen und dann ist ihm auf jeden Fall eine Zeit lang schön angenehm kühl. Aber man muss es gar nicht reinlegen, denn es ist jetzt schon kühl und ich habe es erst ausgepackt. Das ist richtig angenehm, wenn ich das so am Körper drücke, obwohl ich ja etwas anhabe. Also Leute, wenn euer Hund bei dieser Hitze schon halb verrückt ist, kauft euch so ein Teil. Kostet nicht wirklich viel. Es ist 10 Euro kostet dieses Ding. Und ja, dem Hund macht ihr wirklich einen Gefallen, denn beim Langhaar kann man den Hund abscheren, kurz scheren. Das ist natürlich im Sommer sowieso ideal. Kurzhaar kann man nicht noch kürzer schneiden, dann wäre er nackt. Das möchten wir ja auch nicht, aber mit so einem Teil kann man dem Hund etwas bei der Hitze helfen, damit ihm nicht ganz so heiß ist. So, ich hoffe das Teil hat euch gefallen, wenn ihr schon mal sehen wolltet, wie so ein Teil überhaupt ausschaut. Ja, das ist ein mit Gelflüssigkeit folgepunktes Teil. Einfach hinlegen, der Hund legt sich drauf und schon hilft es ihm. Kostet nicht viel, aber hilft ungemein, wenn man bedenkt, wie ein Hund bei dieser Hitze leiden muss. Also Leute, über einen Daumen hoch, über ein Abo, wir würden uns sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.